How do I face another day when I can't take it? How do I turn another day? Oh Gott, ey, ich kann's gar nicht glauben, dass wir jetzt Episode 5 spielen. Die letzte Episode hier von Life is Strange. Alter, Alter. So, fortfahren. Ich weiß nicht, bin ich dafür bereit? Ich weiß es noch nicht. Tun wir's. Okay. Previously on Life is Strange... Woah! Woah! What did you find? Rachel in the dark room. Over and over. That's it. We can't trust anybody, except each other. You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Oh, look. The Wonder Twins. What are you doing in my dorm? You are so fucking dead! Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. What are you doing here, Max? What are you doing here, Max? Victoria has to be next. What a lame gimmick. Rachel, why is he putting her on the ground like that? Where? The Junkyard. Max, we have to find that spot now. Rachel, why? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I know you're close to Nathan, but your life is in serious danger. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Oh god, Max, look. She's still there. Oh! No! Chloe! Look out! What the fuck? So, und damit auch herzlich willkommen an alle, die das im Nachhinein auf YouTube schauen. Willkommen zur finalen Episode 5 von Life is Strange. Ich kann immer noch nicht glauben, was letztes Mal passiert ist. Also, was ihr gerade auch gesehen habt, dass Chloe wurde erschossen und das war unser Lehrer einfach gewesen. Und, jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Okay. Ich komme langsam wieder zu Bewusstsein. Oh man. Das kann einfach nichts Gutes sein, wo wir jetzt auftauchen. Egal wo. Es wird nicht gut sein. Ja. Das ist der Dark Room, so wie das aussieht. Aber was hat... Wird Frau Willer jetzt auch die ganze Zeit Bilder von uns machen oder... Und dann töten? Ich bin echt gespannt, was das ist. Und warum er das überhaupt alles macht. Ich hoffe, das wird aufgelöst gescheit. Das wäre... Ganz nice eigentlich, wenn das aufgelöst werden würde. Aber ich denke mal schon. Ich denke mal schon. Aber warum? Ich kann mir das mal im Teil echt nicht erklären. Okay. Nein. Ich glaube, das sind unsere Finger. So. Nicht wundern übrigens an die Stream-Zuschauer, dass gewisse Sachen gemutet sind an Musik. Muss ich aus Copyright Gründen für YouTube machen, da ich es im Nachhinein auf YouTube hochlad. Und dort werde ich dann Musik einblenden, die ich benutzen kann. So. So. Life is strange. Polarized. Warte. Warte. Polarized doch. Achja. Bewusstlos sind wir immer noch. Und nicht nur das. Wir sind auch gefesselt. Ach man. Wir sind irgendwie ganz schön wegkommen. Ganz schnell wegkommen. Und die Zeit zurückdrehen, dass wir Chloe davor bewahren, erschossen zu werden. So. Wir können uns umsehen. Wir wachen auf. Ja. Nächste Dark Room. So. Was machen wir? Schreien kann man auch, aber... Warte. Ja, lösen wir doch einfach, ne? Hör so. Hör echt. Kannst du mir helfen? Sondern. Hör sich jetzt nicht. Und inprison von mir. Du wirst nicht. Du wirst nicht vor allem sagen. Krä� tut mir das n bisschen, die schreien. Verdammt. Die Gefühle gewahre. Du wirst nicht verletzt. So. Die wahren, mein Gott. um das ist ein Bild das ist ein Bild wo wir zurückgehen können das ist ich, er hat den Foto letzte Nacht ah super wir können doch durch dieses Foto wieder zurückgehen wo wir das Foto gemacht haben und dann nicht Hallo finally, ich bin frei fast schon ok es war zufällig, dass ich das noch mal probiert habe das zu lösen ich hab gedacht das ist so hoffungslos das zu lösen krass ja dann können wir das jetzt schon angucken ich liebe mich so zu schauen ihr werdet für das Jefferson ach so was Jefferson von uns letzte Nacht geschossen hat ups ich weiß wie euch das Bild ich gedacht hab das Bild was wir letzte Nacht geschossen haben ähm mit Chloe und Rowan hab ich gedacht na gut es kommt auf Youtube Fame Hype ja Lachs Moon ich hoffe man sprich deinen Namen richtig aus so Lüxn also du hast halt so LXNA Lüxnermoon ich weiß es nicht ich hoffe es richtig einigermaßen ähm ja live exchange hab ich auch als äh let's play angefangen und hab jetzt Episode 4 und Episode 5 jetzt ähm auf Twitch verlagert und werde es dann einfach in größeren Folgen dann hochladen weil ich einfach mehr Bock darauf hab als es jetzt so alleine aufzunehmen und ja wenn du mal vorbeischauen möchtest äh irgendwo unten auf Twitch unter diesem Livestream sollte so ein Youtube Fenster sein wo du draufklicken kannst das Foto scharf stellen warum müssen wir denn da hin zurück? ok probieren wir es na super ja ich hab den Namen richtig ausgesprochen ja ich hab den Namen richtig ausgesprochen das war ein Arsch ein painting der lege vertrekste der Lege die pf die 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 Stay! Stay! Ich liebe diese Worte, aber ich liebe die Pürität deiner eigenen Bild. Nicht wie Rachel, der immer in die falschen Pläne schaut. Puhre Rachel. Warte. Lass mich mal versuchen. Ich weiß nicht, wie das andere gesehen haben, aber... Ich hab das nicht von ihm erwartet. Oh, viel besser. Danke, Max. Wenn nur Nathan das Ziel gesehen hätte, hat er so viel versucht. Aber man kann nur ein paar Sprachen hervorheben und erwartet ein kleines Stil oder Theme. Aber er hatte ein Eye für Shadows. Und ein Eye für ein ganz viel mehr. Wie seine Elite-Familie will find out. Along mit Arcadia Bay. Schön. 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 Oh, die Augen. Es ist einfach zu schlecht. Du bist so... in meine Hand. Du musst wirklich auf die Schule fokussieren. Nicht auf die Prächtung mit deinem kleinen Freund. Chloe. Genau. Ja. Ja, ich bin sorry, dass ich... dass Nathan sie in self-defense hat. Aber sie hat eine schwierige Geschichte, wie viele Arcadia Bay dropouts. nicht. Niemand wird zufrieden. Oder zufrieden. Nein, ich versuche. Menschen werden sich interessiert, wenn du heute Abend sterben, Max. Ich war nicht lieb, als ich gesagt, dass du ein gift hast. Okay. Okay. Now, das sieht gut aus. Vielleicht ein paar Klose-Ups. Max. Bitte, nicht so viel move. Ich brauche, dass du aufgerüstet und aufgerüstet bist. Meine Weg. Vielleicht. Wenn du dasst, will calm dich auf. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt nicht mehr, oder das wird... ...hurt... ...much. Oh, shit. Du schlusser bist! Du bist nicht nur nicht, oder? In der Fall, du nie hörst nicht mehr in meine Klasse. Wenn du nicht mehr so viel, hätte ich gesehen, würde ich alles sehen. Gott, du bist ein Kampfgericht. Ich habe mir einen Blick auf dich. Und ich habe mich auf dich gesehen, und ich habe mich gesehen, dass du eher... ...dass du Angst hast... ...und vielleicht dein ganzes Leben. Aber echt. Aber echt. Erinnere mich, meine Nummer 1. Always... ...tach den Schock. Gut, das hat sehr viel gebracht. Ja, ein bisschen los, ne? Ja, ist ein bisschen... ...ja, großartig, aber das war ja auch vorher. Oh, Jesus. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Ich bin so krank. Und jetzt? Lol, wir haben unsere eigenen roten Ordner bekommen. Max. So ein Mist. Und jetzt? Ich bin definitiv mehr awake in dieser Foto. Ich könnte das hier versuchen. Okay. Das könnte funktionieren. Wir hoffen mal, dass das klappt. Wir hoffen mal, dass das klappt. Ich habe ein paar spektakulärer Bilder hier, Max. Ja, Viktoria würde es töten, wenn du in deinem Platz bist, aber... ... sie nicht verstehen unsere... ...konexion. Du bist der Winner, Max. Ich wähle dich. Du bist der Worte. Du bist der Worte. Du bist der Worte. Du bist zu viel. Ich weiß, dass du Angst hast. Du bist der gleiche Prachtigungszimmer. Du hast da solle Verteidigungen, wenn du hier wächst. Du bist hier verletzt durch Angst, und du wirst dir jetzt was passieren. Herr Jefferson. Warum machst du das? Oh, Max. Ich bin so glücklich, dass du das gefragt hast. Ja, ich bin so glücklich, dass du das gefragt hast. Ich bin so glücklich, dass du dir das gefragt hast. Ich bin so glücklich mit der Idee, ...de capturieren den Moment der Moment. Die Innocenz erzeugt in Korruption. Das Veränderung von Black, zu White, zu Grey, und weiter. Die meisten Modellen sind Cynical. Sie verlieren diese Naivete. Aber einige Blackwell-Studien tragen ihre Hoffnung und Optimismus mit ihnen, wie eine Aura. Und diese Glückwunsch sind meine Modellen. Meine Subjekte. Ja, du bist ein Psychopath. Und das ist deine letzte Session. All das, Max. Ich bin so schade, dass niemand weiß, was dir jetzt passiert. Und nicht auf deinen letzten Partner starten. Ich hatte genug von diesen Fultpunk-Sluts in meiner Seattle-Base. Machen wir so. Hallo, Kommunisten-Faustlängen. Servus. Hi, Nico. Blablabla, oder Künstler töten mich. Und das ist echt heftig krank. Ich wollte dich nicht wissen, dass du das wissen willst. Too bad, dass du bereits ein überzeugendes Argument gegen Nathan und der Prinsipps-Office hast. Vielen Dank, dass du ihn für mich aufsetzen hast. Ich weiß auch, dass die Prescotts einen großen Skandal haben, wenn die Stadt herausfinden, was ihr Eliten-Sohn für Hausarbeit gemacht hat. Sie haben Nathan benutzt, oder er ist so krank wie sie? Ich weiß nicht, was das jetzt überhaupt bringt, wenn wir jetzt hier mit ihm bringen. Ich glaube nicht mal, dass diese Entscheidungen irgendwie Relevanz haben. Kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Hi, Lily. Servus im Stream. Äh, willkommen. Ja, was machen wir jetzt hier? Nathan, sie haben Nathan benutzt, oder er ist krank wie sie? Äh, machen wir mal X. Du benutzt, Nathan. Ich mag das Wort manipuliert. Wie mit einer Bildung. Nathan war einfach so schwer, um sich zu schnauern. Aber ich wurde eine Art von Vater für Nathan. Es passiert oft in die Schüler-Leute-Leute-Leute-Leute. Es war ein bisschen... ...touchend für ein paar Mal. Du hast ihm alles gesagt, was deine Pläne bei Blackwell gesagt hat? Geh nicht so dumm, Max. Ich habe ihm gesagt, was er braucht zu hören. In Rechnung, ich hatte die Prescott-Leute-Leute. Wer denkt ihr, dass du diese Glorius-Leute-Leute-Leute-Leute-Leute-Leute-Leute-Leute-Leute-Leute-Leute-Leute-Leute-Leute-Leute-Leute-Leute-Leute-Leute-Leute-Leute-Leute? Rachel Amber war deine Verkaufel, nicht deine Beine. Oh. Rachel Amber. Hm. Das ist die richtige Tragedie. Nathan dachte, er könnte ein Artist wie ich sein. Insofern gab der Dumbass-Leute-Leute-Leute-Leute. Ach ja. Das ist die richtige Tragedie. Chloe und Rachel. Du hast beide. Sie sind zusammen in der Höhe. Das ist das, was du hörst? Warum? 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 Start listening to you dumb c**t. Entschuldigung, Max. Das war nicht cool. Rachel ist tot. Aber keine Schmerzen, Los Angeles würde sie trotzdem töten. Also, schau dir das als favorit. Du bist schuldig. Oh, ich verstehe. Du und deine Freunde sind fast schuldig. Wir sind nicht so unterschiedlich. Ja, ja, wir sind. Ich wollte mehr über Nathan als du. Nein, du hast nicht. Es ist zu schuldig, dass er mit Rachel verliebt. Er dachte, dass er nicht mehr kann. Was ich mit der Kamera und der Beobachtung. Wie Vater. Aber nicht wie Son. Wo ist Nathan jetzt? Tod und gegründet. Nachdem er mit Rachel gemacht habe, wusste ich ihn nicht mehr als protege halten konnte. Jetzt wird die Polizei noch nie sein Körper finden. Wenn du endlich rauskommst? Hat Nathan gefühlt wird als Haupteinfeier? WTF? Ach, mein Mist. Ich kann sehen, warum deine Kamera so ausreichend ist. Du brauchst einen Computer, um deine Arbeit auszuprobieren. Okay. Wie? Was müssen wir jetzt hier schnell machen? Richtig. Okay. Aber wie kommen wir da dran? Ist die Frage. Wie liegt das später hier drauf? War das das Ding, was wir ein bisschen verträgt haben mit dieser Flüssigkeit? Kann ich hier wieder... Kann ich nicht? Okay. Was soll? Okay. Warte. Warte. Herr Jefferson. Max. Ich würde gerne mit dem Schaden sprechen, aber ich muss wirklich über diese Bilder gehen. Besonders wenn sie in meinem Kopf sind. Ich denke, unsere Session war für mich eine Karriere hoch. WTF, ey? Dieser Typ? Äh... So. Nice. Nice. Tschüss, Mr. Jefferson. Tschüss, Mr. Jefferson. Tschüss, Mr. Jefferson. Tja. Dann würde ich sagen... Oh, mein Gott. Ich kann all den Weg zurück zu dem Moment, wo das alles begonnen hat. Max. Das könnte deine Chance sein, alles zu bestätigen. Zum Glück. Loll. Das ist ganz, ganz am Anfang. Als ob... War das denn im Klassenraum? Oh, ne, oder? Wo wird's denn in die Klasse zurückkommen? Los geht's. Na, das wird lustig. Loll. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Der Punkt ist, dass die Porträtigkeit immer ein wichtiges Aspekt von Kunst und Fotografie hat. für so lange, wie es hier war. Jetzt, Max, seitdem du unser Interesse getroffen hast und sicherlich willst du in der Gespräche, kannst du bitte erzählen uns den Namen des Prozesses, die zu den ersten Selbstvertrauen gab. Obwohl wir mich aber nicht einfangen, ist schon ganz lustig. Ich bin nicht interessiert, dein Interesse. Das ist ein bisschen verrückt, nicht wahr? Ich glaube, jemand hat ihren Kaffee nicht gehabt. Willst du wieder versuchen? Okay, okay, der Daguerreien-Prozess. Blah, blah, blah. Ha, 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 ha. Ah, schon, Victoria ist wieder ein... Irgendwie... Ah, Mann. Ich bin... Ich bin ein paar Krass. Ich bin ein paar Mal, die Daguerreien-Prozess machte das Porträtten sehr populär. Vor allem weil sie die Faktoren klar, definierungen. Du kannst mehr lernen, wenn du die Beaktivitäten erfunden hast. Dann, ich bin ein paar Videobeschön. wenn die Allerien-Heroen-Heroen-Heroen-Heroen-Heroen-Heroen-Heroen-Heroen-Heroen. Ich bin ein paar Jahre, wo du den Arschlussfeld bist. Wir machen es wirklich einfach, Mark Jefferson zu beobachten. Wir sind zusammen. Taylor! Du wirst nicht aufhören. Ich warte noch auf deine Entdeckung. Und ja, Max, ich sehe dich nicht zu sehen. Bastard. Ich muss David über Jefferson und die dunklen Raum warnen. Und Walter sieht man hier. Kate. Aber das sind immer noch die gleichen Sachen wie damals, oder? Was? Okay, wie kommen wir jetzt an die Nummer ran? Hm. Da vielleicht. Achso. Na, das war easy. Okay. Dann rufen wir mal an, oder? Krass, was wir da jetzt auch machen, ey. Ach, jetzt wollen wir mal mit wieder dran nehmen. Ach, jetzt wollen wir mal mit wieder dran nehmen. Nein, Max, aber... Er sollte es das gerade tun. Was war ein Mist denn? Und hier, na Kate? Ich bin schrecklich für Kate, aber... Ich bin so glücklich, dass sie hier ist. Hi, Kate. Oh. Hey, Max. Kate, hör auf mich. Ich bin. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Man muss ganz viel anderen. Wir sind alle hier für dich. Du musst das wissen. Max, das macht mich so glücklich für die erste Mal diese Woche. Ich weiß nicht was zu sagen. Das ist okay, ich auch nicht. Vielleicht können wir beide nutzen. Danke. Du wirst immer die richtige Dinge tun. Was hat das vielleicht große Einwirkung darauf? Ah, es tut mir jetzt schon irgendwie weh. Sie nicht zu trösten und so. Ach ja, tut mir leid, Cash. Tut mir leid. Wenn ich es richtig spielen würde, würde ich das nicht tun. Aber ich würde die schlimmste Vision haben, für die man haben kann. Na? Voll am Provozieren. Du bist stolz von dir? Wenn du irgendwelche Gefühlen hast, solltest du denken über deine Aktionen. Hör, ich... Ich habe nicht... Natürlich hast du. Du bist so nicht sicher. Du kannst gar nicht glücklich sein mit deinem eigenen Talent. Du musst versuchen, alles zu bringen. Du kannst dich nicht zu hören. Du kannst du das nicht hören. Du musst dich nicht hören. Du kannst, Herr Jefferson? Du kannst, Herr Jefferson? Du bist schon schon fertig. Du bist schon fertig, Viktoria. Dann... Ich denke, ich bin... Ich bin... ...dunend zu sprechen. Ich hoffe, dass du sicher bist. Ich hoffe, es ist nicht zu sagen. Ich werde nicht sagen, dass ich nicht genossen habe. Aber... Warum? Hier ist meine Fotografie für den Everyday Heroes contest. Oh... Das war einfach. Nein... Es war nicht einfach. Ich... Ich kann noch nicht pre-judge. Aber ich bin sehr... ... glücklich, dass du innen hast. Das bedeutet... ... viel zu mir. Und Blackwell... Der erste Schritt für alle Artisten ist, ... dass sie sich da draußen in der Welt... ... ohne Angst. Dass sie... ... inocent. Oder schuldig. Ah... Well... ... danke... ... für die Fotografie. Und... ... vielleicht beide von uns... ... werden wir in San Francisco... ... diesen Freitag. Oder vielleicht nur einer von uns... ... wird gehen. Nicht so modest, Max. Alles kann passieren in eine Woche. Weil du wirst, Herr Jefferson? Ah... ... diese Anspielungen... ... ey... ... jetzt so geil. Hallo? Das bleibt gleich, okay. Okay. Das bleibt auch. Sehr schön. Ach... ... der Darko wird gefunden. ... und... ... die ... wir gewinnen anscheinend einen Wettbewerb. Und Chloe wird nicht erschossen hier. Und wird schon mal Chloe. Sehr schön. Tja, das passiert ganz wahrscheinlich. Die perfekte Woche, oder? Und wir sind im Flugzeug. Wahrscheinlich nicht. Wir fliegen mit dem Direktor. Und wo ist der Haken daran? Als ob das jetzt so ein Happy End einfach ist. Kann ich mir schon fast gar nicht vorstellen, irgendwie. Das hört sich schon einfach an, zu schön und wahr zu sein. Wir losen mal den Bildschirm. Okay. Wir sind fast in San Francisco. Oh, I'm so stressed, but I'm so excited, too. Oh, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time. When we were innocent. Was denn das heißt, ne? Ich frag, was ist das für ein roter Himmel? It's so weird to be in between realities. Everything is out of focus and in the distance. Oh, I have to admit, I love being called an artist. Okay. Schauen wir mal vielleicht uns die Titel ein bisschen näher an. Genau. Sehr schön. Inmitten all das Umweltchaos in der Kader Bay, wie Schneefall außerhalb der Saison und gestrandete Wale berichten Einwohner gestern Abend gegen 20 Uhr, zwei Vollmonde gesehen zu haben. Zeugen geben an, dass sie doppelte Monde klar am Nachthimmel zu erkennen waren, bis nach kurzer Zeit Wolken aufgezogen. Das Ausbleiben von Video- oder Bildaufnahmen veranlasste öffentliche Meteorologen zu der Annahme, dass die Vorstellungskraft aufgrund der neuen, der neuesten Öko-Chaos übersteuert. Ey, wie gab es kein Bild davon? Okay. Was ist das? LOL. Der sieht aus wie, keine Ahnung, wie der Jeffersen im Scrooge oder so. LOL. Ich stütze ihn mit uns ab. Löstet ihr das gerade alles auf der Form? Ja, ne? Ne, okay. Ich hab ja das war's schon wieder hier. Schauen wir nochmal raus. Okay. Kennen wir schon. Ich hoffe, ich war nicht zuhörst, Max. Ich habe nur ein bisschen. Es war eine Zeit, Blackwell. Also hoffe ich, dass du mich verabschstest. Between Mr. Jefferson und Prescott. Dinge haben wir sehr gut gemacht, wenn du sagst. Ich verstehe das, Principal Wells. Das ist eine gewisse Art von mir zu erzählen, zu stoppen. Wir sind stolz von dir, zu representieren Blackwell in der All-Heroes-Heroes-Kontest. Ich weiß, ich bin nicht genau der Mann, den du in San Francisco wirst, aber wir wollen alle, dass du hier eine gute Erfahrung haben möchtest. Ich bin bereits. Wir sind nicht sogar da. Oh, Christ. Eine andere Nasebeleid? Max. Du bist nicht nur mit deiner Gesundheit. Hier, hier. So, dann sind wir ja wohl in San Francisco angekommen. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Die Zeitgeist-Galerie. Von einem deutschen Künstler, anscheinend. Alles klar. Guck mal, wie Max aussieht. Viel erwachsener und ganz anders gekleidet. Krass. San Francisco ist so cool. Und seine Gälder ist groß. So ist das Buffet. Wenn ein Event skimpte auf das Essen, du weißt, dass es ein bad event ist. So lange ich nicht zu essen, wie ich kein Caviar. Das ist dein Tag, Max. Du kannst, was du möchtest. Ich hoffe, dass du aufhörst von deinem Status und sprachst mit so vielen influentierenden Menschen hier, wie möglich. Ich weiß, dass du aufhörst von deinem Status und sprachst mit so vielen Kindern hierherrn bist. Ich wollte die großen Schulen beantworten. Also habe ich angefangen zu beantworten, als ich jung war. Ich frage meine Schwestern zu fragen. Max, ich werde diesen Caviar essen essen, damit du nicht musst. Better kommen da rein und starten schmoozing. Ich weiß, ich werde nicht immer hier sein, um zu beantworten. Aber du kommst mit mir, wenn du willst. Komm schon, Max. Nach dem alles, was passiert ist, das ist das Schmerzeste, was du gemacht hast. So, und ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich hier den Life is Strange Livestream. Ich mache jetzt eine ganz kurze Pause und dann geht es weiter mit Anno 2070. Und für die Leute, die das auf YouTube schauen, bis zur nächsten Folge von Life is Strange. Bis dahin, ciao. Euer Mystery.